So, hier haben wir die Welpen von Hannover. Boah, das ist ein erster Hof. Macht's sehr hervorragend. Richtig guter Tag. Das ist ein Mädchen von fünf Jungs. Hat er dick und rund mit versäugt. Mit Kindern, der irgendwo besonders dünn ist oder besonders dick. Also, sehr gute Arbeit hat sie da gemacht. Und jetzt sind Tage halt. Wir sind doch richtig zufrieden mit den schönen dicken Köpfen. Ja, die ist sehr neugierig. Die machen sehr neugierig, was ich hier mache. Ja, nicht? Waschen? 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 Ja, die ist nicht klar, oder? Nein! Das ist nicht klar. Ich bin klar. Ich bin klar. Ich bin klar. Ich bin klar. Vielen Dank.